so hallo und herzlich willkommen zu einem neuen modellbaukönig trifft oder besucht originale und heute haben wir kein ganzes fahrzeug für euch aber was richtig selten ist was richtig wichtig ist auch was für bei der entwicklung der luftabwehr ja seine spuren bis heute ja seine schatten wirft und zwar haben wir hier vom kugelblitz den einzigen turm der tatsächlich erhalten geblieben ist es gibt noch einen zweiten turm oder es gab einen zweiten turm da hat man teile in einem wald gefunden der ist auseinander gesprengt wie auch immer aber hier haben wir tatsächlich ein turm und das ist wirklich weltweit einzigartig so und wie diese wirksamkeit ist das erzählt oder zeigt uns dieses schöne schaubild und das war immer das grundproblem was die flugabwehr panzer fahrzeuge selbstfall lafetten oder was auch immer hatten dass diese mannschaft die bediener ungeschützt da gestanden haben dass die ja wo es runter gefahren runter geschossen haben und die haben nun wirklich auch große kaliber gehabt das heißt wenn die da irgendwo reingesägt haben dann war da auch ende oder auch granatsplitter was auch immer die mannschaft war halt wirklich sehr exorbitant oben gefährdet und da musste man sich was überlegen das ist tatsächlich der erste turm die erste entwicklung die das ganze berücksichtigt wir haben einen kompletten panzerschutz drumherum und zwar haben wir hier keine zwei zentimeter keine 3,7 zentimeter was ja eigentlich so die standard waffen der deutschen wehrmacht waren sondern wir haben hier eine drei zentimeter kanon maschinenkanone die mk 103 die auch in flugzeugen glaube ich verwendet worden sind und das interessante und das ist wirklich richtig und wichtig dass die mündungsfeuerbremsen hier dass die so durchbrochen sind das hat nämlich border das modell ist jetzt ja relativ neu rausgebracht und wenn man sich das anguckt haben sie das wirklich gut gemacht die waren übrigens zum abschrauben hier ist ein gewinde vielleicht kriegt thomas das noch mal ganz vorsichtig rein die eine seite die thomas erst fotografiert hat ist nämlich eine attrappe ein rohr ist im laufe der jahrzehnte mal verloren gegangen aber hier ist dieses gewinde das konnte man also praktisch dann auch dementsprechend wechseln und ganz wichtig ist halt hier diese ausbucht und diese ausbuchung das ist wirklich schon relativ einzigartig so ganz wichtig ist auf diesem schaubild jedoch da noch mal kurz drauf zu sehen wie die leute da drinnen gesessen haben wie die da drinnen gearbeitet haben und das ist nämlich auch daher wichtig weil und jetzt gehen wir einmal nach unten das fahrzeug bzw der dieser kugel diese kugeldings so in diesem fahrzeug dann drinnen war in dem panzer 4 das wäre ja der träger dafür gewesen das fahrzeug war dann vorhanden und deswegen ist das nach unten hin auch so abgerundet interessante punkte sind hier ist dann eine klappe die könnte man dann aufmachen auch hier wie ist die munitionszuführung gewesen wie ist der patronen auswurf gewesen das sind ja sachen die man da klären muss rauchgase der ja beim abschuss entsteht sind auch ganz wichtig und dieses teil praktisch was jetzt hier auf diesem raunen stahl ist das ist der teil der dann auf dem fahrzeug auf dem panzer 4 dann realisiert worden wäre so und wir haben das große glück dass wir tatsächlich in das türmchen in den turm rein gucken können uns das einfach mal angucken und interessant ist die verriegeln hier das sieht ganz normal aus fast wie hier vom munitionspanzer vom 252 und auch hier die ganzen technik die ganzen schrauben und das wäre interessant zum jetzigen zeitpunkt ist das bordermodell noch nicht erschienen mal zu gucken ob die jungs da tatsächlich gut gearbeitet haben so hier ist das eigentliche geschützt da waren dann die sitze drinnen die jetzt nicht mehr vorhanden sind da wo thomas hand ist da ist ein gummipolster das können wir uns gleich noch mal angucken versuch mal mit der taschenlampe ein bisschen der kamera zu folgen so dass wir das hier auch alles schön drauf kriegen ja so und das ist wirklich ein absoluter glücksfall dass dieses ja doch experimentelle geschützt dass wir da jetzt hier tatsächlich ein exemplar haben was wir hier euch zeigen können das ist soweit wir wissen wirklich absolut weltweit einzigartig man hat in einem waldstück noch einige gesprengte teile gefunden und tatsächlich war es das dann so wie gesagt das besondere halt an diesem fahrzeug ist der rundherum gehende panzerschutz und dann auch die beweglichkeit nach 360 grad also einmal drumherum und natürlich auch nach oben und unten und dass das ganze halt geschützt ist das ist halt wirklich das besondere und das einzigartige und keine andere nation war zu dem zeitpunkt in der lage so etwas dann raus zu bringen hier haben wir auch noch mal vom panzer 4 kann man das sehr schön sehen so hätte das ganze dann ausgesehen so wäre dann die wirksamkeit oder die wirksam weise gewesen und wie man sehen kann ein sehr spätes fahrwerk hier der hat die ausführung j hat flammen vernichter und auch die schrägstellung hier die er bei einigen sonderfahrzeugen so dann verwendet worden ist interessant ist auch die wahl ist auch die wahl der geschütze die dann genommen worden sind nämlich nicht die alte werte zwei zentimeter flack die sich teilweise schon an gewissen flugzeugtypen die zähne ausgebissen hat sondern dass man da die drei zentimeter maschinenkanone aus dem flugzeug bereich dann genommen so während ich hier gerade mal versuche dem kamerakind heim zu leuchten dass das auch einigermaßen dann ersichtlich ist so wie gesagt kein ganzes fahrzeug ich denke mal das machen wir hier noch mal kein ganzes fahrzeug sondern ein einzelner ton der aber wirklich schon so wichtig ist dass dem eine eigene folge gewidmet werden kann ja wenn ihr da noch mal was zu nachlesen wollte also wikipedia schmeißt ein bisschen was aus spielberger hatten ein bisschen was aber das ganze war immer so ein ganz bisschen das mysterium auch aufgrund dessen da ja halt relativ wenig beziehungsweise nur dieses eine exemplar halt vorhanden ist so dann sage ich euch herzlichen dank ich hoffe ihr konntet einiges mitnehmen ihr habt ja interessante sachen gesehen die euch vielleicht auch noch neu waren sind ja wirklich hervorragende eindrücke die wir hier aufnehmen konnten dann sage ich euch herzlichen dank wir sehen uns beim nächsten video bis dahin euer team von mbk